So, hallo zusammen, Anne-Marie Nebe hier und ich möchte heute die letzte Veranstaltung oder die letzten beiden Veranstaltungen in unserer Woche auch vorstellen. Also Hallo, Servus, grüß dich, alles unter einem Dach. Wir hatten eine ereignisreiche Woche bis nachher, acht Veranstaltungen sind bereits gelaufen, heute noch zwei, wir hatten insgesamt mehr als 15 Sprecher und mit euch tatsächlich und das hat uns wahnsinnig überwältigt. Mehr als 450 angemeldete Traumnehmer und auch heute wieder mit der Schriftdolmetschung von Dave Interpret, dazu aber gleich vielleicht noch ein bisschen. Hier nochmal die Woche im Überblick, heute mit dem Thema PDF-Barrierefreiheit meistern und wir haben zwei Dinge für euch mitgebracht, zum einen das Thema nachhaltige PDF-Barrierefreiheit-Strategie in einer Organisation umsetzen. Das hören wir von Markus Erle und zum Zweiten ein sehr praktisches Thema. Diesmal ein Tutorial, barrierefreie PDF-Dokumente aus Adobe InDesign effizient umsetzen. Und bevor wir heute allerdings anfangen, möchte ich vielleicht einen kurzen Überblick geben, wer hat eigentlich diese Veranstaltung organisiert, wer gehört im Moment sozusagen auch zum Gründungsteam vom IAP-Dach und da habt ihr hier mal so einen Überblick, wer da eigentlich dazugehört. Das sind eine ganze Menge und wie ihr auch im Trailer schon gesehen habt, haben wir uns sehr, sehr bemüht, hier eine gute Mischung hinzubekommen zwischen Wissenschaft, Privatwirtschaft, öffentliche Stelle und natürlich auch Hilfsgemeinschaften und Selbsthilfeverbänden. Und ich hoffe, das ist uns hier gut gelungen. Und man sieht das auch, glaube ich, in der Liste der Gründungsmitglieder, dass das doch hier in der Zusammensetzung ganz gut gelungen ist. Und ich hoffe, dass einige von euch, die hier auch im Call mit drin sind, dann vielleicht jetzt Mut haben oder so ein bisschen Lust darauf gekriegt haben, auch Mitglied des IAP zu werden. Dazu muss man nur im IAP International Mitglied werden, denn die Zuordnung zum IAP-Dach, die funktioniert ganz automatisch, wenn sozusagen die Adresse, die angegeben wird, in einem der drei Länder liegt. Und ich möchte mich heute im Voraus, aber auch für die restlichen vier Tage, die schon gelaufen sind, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unserer Schriftdolmetschung Delph Interpret. Und die Dolmetscherin Melanie, Joana, Marie, Anja, Elisabeth und Daniela waren in dieser Woche für euch im Einsatz und sind es auch gerade wieder. Ich habe hier das Fenster mal offen. Hier sieht man also, das, was ich hier spreche, wird sofort ins Reine gedolmetscht und sogar meine Sprechfehler dabei ausgemerzt. Das ist aber ganz praktisch und positiv. So hat sozusagen jemand, der die Schriftdolmetschung hier nutzt, sogar Vorteile. Und jetzt möchte ich zu der heutigen Veranstaltung weitergeben an Sabine, denn Sabine ist heute unsere Moderatorin. Und Sabine, deine Bühne. Vielen Dank, Annemarie. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle. Ich denke, gerade in der Auswahl unserer Sprecher und Sprecherinnen heute repräsentieren wir sehr schön, was wir mit dem Dachverein oder dem Dachableger des IAB machen wollen. Und zwar das Triumvirat der drei deutschsprachigen Länder zusammenbringen und gemeinsam an digitaler Barrierefreiheit arbeiten. Und da freut es mich wahnsinnig, dass ich gerade heute die Annemarie und den Markus im Team habe. Weil wenn man sich mit Barrierefreiheit PDFs plagt, und wenn wir uns ehrlich sind, die meisten von uns plagen sich damit, dann kommt man, und dann ein paar Recherchen anstellt, dann kommt man eigentlich gar nicht umhin, über diese Namen zu stolpern. Und zuerst fangen wir mal an mit Markus Erle. Er kommt von der Ex-Fro GmbH, Swiss IT Company, und ist wirklich, wenn ihr auf Events wart, dann habt ihr seinen Namen sicher schon gehört. Wenn es um barrierefreie Accessibility geht und barrierefreie PDFs natürlich, dann stolpert man über seinen Namen und bekommt auch sehr kompetente Beratung. Und er verspricht uns, in einem Fünf-Schritte-Plan das Chaos aufzulösen. Und mit diesen Worten würde ich gleich schon an Markus weitergeben. Ah, Entschuldigung, ein kleiner Punkt vorher noch. Während ihr Markus zuhört, wenn Fragen kommen, bitte gleich in die Chatbox geben. Das habe ich dann im Blick und füge das zu den bereits vorhandenen Fragen an Markus am Ende seines Vortrags hinzu. Vielen Dank und das Wort geht an Markus. Danke dir, Sabine. Dann starten wir gleich. Ihr müsstet jetzt meine Startfolie sehen. PDF-Barrierefreiheit meistern. Herzlich willkommen auch noch mal von meiner Seite. So haben wir das Thema genannt. Und ich bitte Sabine oder Annemarie, immer wieder, wenn neue Leute dazukommen, muss man immer wieder neu alle stumm schalten. Also der Redner, der bleibt drauf, aber alle anderen werden immer stumm geschaltet, weil manche merken das nicht, wenn sie sich neu dazuschalten. Also da immer bitte ein Auge drauf haben, dass das dann auch gut funktioniert. Und mein Thema heute ist nachhaltige PDF-Barrierefreiheit-Strategie in einer Organisation umsetzen. Ein Fünf-Schritte-Plan zum entspannten Sicherstellen der Barrierefreiheit aller PDF. Und die Betonung liegt auch wirklich entspannt. Ich werde nachher noch mal genauer das erklären und ebenso auf nachhaltig. Und ich muss mich hier jetzt outen. Ich weiß nicht, manche, die mich kennen, die wissen das schon. Ich bin kein ITler. Ich bin Philosoph. Manchmal merkt man das. Also ich bin einerseits Philosoph, habe das studiert, bin aber auch, bevor ich vor 20 Jahren zur digitalen Barrierefreiheit gekommen bin, war ich Unternehmensberater. Und beides führt dazu, dass ich gerne Grundsatzfragen stelle und das Ganze in den Blick hole. Und genau so ist es heute. Ich werde jetzt nicht hands-on, wie ich das sonst manchmal auch mache, an den Programmen arbeiten, sondern wir wollen das große Ganze in den Blick bekommen, weil wir wollen wirklich es nachhaltig machen. Es soll am Ende zumindest entspannt werden. Und ja, steigen wir gleich richtig ein. Nochmal, wer mir folgen möchte, twittern möchte oder sich vernetzen möchte, hier diese Links. Die Folien sind bereits auf unserer Webseite runterladbar. Im Chat war schon mehrmals der Link. Dann könnt ihr euch mit mir vernetzen oder schreiben und so weiter. Das nur kurz dazu. Das ist einer meiner Lieblingsbilder, wenn es um PDF-Barrierefreiheit geht. Und jeder, der mit PDF-Barrierefreiheit zu tun hat, weiß, oder nee, er weiß nicht, sondern er kann es aus tiefster Seele nachfühlen, was dieses Bild sagen möchte. Weil PDF-Barrierefreiheit wird ganz oft als Sisyphos-Arbeit empfunden. Ja, wir kennen die antike Geschichte Sisyphos, der immer einen Fels, der sich Brocken den Berg hochgerollt hat, der aber dann immer wieder runterrollte. Und er musste wieder von neuem am Fuße des Berges anfangen. Ich glaube, das können ganz viele nachempfinden. Dieses Gefühl, wie es ist. Und das ist vielleicht ein bisschen so ein Alltagsgefühl in der PDF-Barrierefreiheit, dass man immer wieder von vorne anfangen muss und wieder diese schwere Felskugel nach oben schieben muss. Und dabei ist an und für sich Barrierefreiheit und auch PDF-Barrierefreiheit gar kein Hexenwerk. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es gar nicht so einfach, das in eine Organisation zu bringen, einen guten Anfangspunkt zu finden und es wirklich nachhaltig umzusetzen. Also Barrierefreiheit kann dann ganz schön komplex werden. Es gibt viele Abhängigkeiten. Wenn ich an der einen Schraube drehe, fliegt mir hinten was um die Ohren. Jeder kennt es, der auch mit Web zu tun hat. Wenn ich hier ein bisschen an den CSS-Einstellungen rumschraube, kann es sein, dass mir meine ganze Seite verhaut. Also es gibt viele Abhängigkeiten. Oder wenn ich ein Template sperre, dann steht gleich die halbe Belegschaft bei mir auf der Matte und beschwert sich, warum sie nicht mehr ihre Dokumente so gestalten dürfen, wie sie es immer die letzten 20 Jahre gemacht haben. Also das heißt, es kann schon eine ganz schöne komplexe Geschichte sein. Das ist übrigens auch mit guter Software so. Man muss immer wieder alle möglichen Perspektiven durchdenken und davor scheuen sich sehr viele. Die fangen dann einfach mal an, irgendwo vielleicht sogar an der steilsten Stelle den Felsbrocken nach oben zu rollen und wundern sich, wenn sie nur ein Stück weit kommen, rollt wieder runter und dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Also schauen wir mal, wie wir das lösen können, sodass wir nicht wie Sisyphos werden. Übrigens einer meiner geschätzten Professoren damals, der hat gesagt, also wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Der war nicht mal sauer darüber, sondern es hat ihm in gewisser Weise Spaß gemacht, diesen Felsbrocken nach oben zu rollen. Ich hoffe, dass, ja, ich meine, PDF-Barrierefreiheit kann Spaß machen, aber immer wieder von vorne anzufangen, da gucken wir mal, was wir machen können, dass es uns nicht ganz so geht wie Sisyphos. Wie lässt sich nun eine nachhaltige Dokument-Barrierefreiheitsstrategie umsetzen? Schauen wir erst mal darauf, was nachhaltig ist. Für mich ist es das Gegenteil von Sisyphos. Jeder kennt den Begriff Nachhaltigkeit. Sustainable kommt aus der Ökologie, wenn man etwas bewirtschaftet, eigentlich aus der Forstwirtschaft, den Wald so zu bewirtschaften, dass er sich von selber regenerieren kann. Und das heißt, einfach ist es auf Dauer angelegt. Und genau das wollen wir letztendlich. Wir wollen ein System schaffen für die digitale Barrierefreiheit. Da ist PDF-Barrierefreiheit nur ein Beispiel unter vielen, das sich letztendlich selber erhält und nicht immer wieder zerfällt und wir von vorne anfangen müssen. Und da gibt es einen Paradigmenwechsel. Der ist ganz entscheidend. Und zwar war früher die Strategie, naja, ich hole mir ein paar Experten oder ich schule ein paar Experten bei mir in meiner Organisation. Das ist eine kleine Taskforce. Die hat die Aufgabe, die komplette Barrierefreiheit sicherzustellen für eine ganze Organisation. Und was hat sich gezeigt? Es hat sich gezeigt, dass diese Taskforce, dass die ruckzuck überarbeitet ist, dass sie überwältigt sind von all dem, was sie machen müssen, überfordert sind und dass es eine Strategie ist, die so nicht funktioniert hat, es alleine nur auf ein kleines Grüppchen innerhalb der Organisation abzuwälzen. Es gibt inzwischen einen Paradigmenwechsel. Wir sehen das auch in anderen Ländern, die etwas weiter sind, vielleicht auch wie der deutschsprachige Raum. Und wir sehen es in ganz vielen Kundenprojekten. Wir betreuen ja ganz viel. Und alles, was ich heute sage, ist aus diesen Projekten herauskondensiert. Ich habe das alles zusammengeworfen. Und unser Ziel ist es natürlich immer, PDF-Barrierefrei so einfach wie möglich zu machen. Dementsprechend entwickeln wir unsere Software oder unsere Services. Und der Paradigmenwechsel jetzt besagt, dass alle Mitarbeiterinnen befähigt sein sollen, barrierefreie Dokumente zu erstellen. Man muss es auf viele Schultern verteilen. Nur dann kann es nachhaltig werden. Und barrierefrei muss natürlich ein integraler Bestandteil der Digitalisierungsstrategie werden. Das heißt, es braucht eine Strategie, einen Plan, ein planvolles Vorgehen, eine längerfristige Perspektive. Es wird immer gerne der Vergleich zur Datenschutz-Grundverordnung hergezogen. Und da war das auch so, in der Nacht vor der Deadline haben ganz viele noch irgendwie ihre Datenschutzerklärung auf der Webseite veröffentlicht, platziert, um ja irgendwie konform zu sein. Und so ähnlich war es ja auch mit der Barrierefreiheitserklärung oder mit der EU-Richtlinie. Kurz vor der Deadline wurde noch eine Barrierefreiheitserklärung irgendwo herauskopiert, auf die eigene Webseite kopiert. Und dort wurde dann gesagt, was alles nicht barrierefrei ist. Auf Dauer hilft das natürlich nicht. Und es ist ganz wichtig, hier eine längerfristige Perspektive zu haben. Es bleibt trotz aller Deadlines, die bereits verstrichen sind, es bleibt Zeit. Die Zeit sollten wir nutzen. Die bleibt. Es ist nicht mehr viel. Aber es bleibt Zeit. Und die Diskussion hatten wir in diesen Tagen schon mehrfach. Es ist ganz klar, das Thema wird uns nicht mehr verlassen. Also wer jetzt noch die Hoffnung hatte, ich habe das auch gestern, glaube ich, oder vorgestern in der Podiumsdiskussion gehört. Da kam das wieder, naja, das wird wieder nach unten gehen. Es ist ganz klar, die Gesetzgebung, die Richtlinien, sie werden strenger, sie werden umfassender. Es gibt die nächsten Initiativen. Das Thema wird uns nicht mehr verlassen. Als Untertitel habe ich gewählt, fünf Schritte plan zum entspannten Sicherstellen der Barrierefreiheit aller PDS. Jetzt könnte der Vorwurf kommen, klar, fünf Schritte plan klingt gut, entspannt auch. Und natürlich alle PDS. So kann ich alle Leute mehr oder weniger ansprechen, sich meinen Vortrag anzuhören. Aber natürlich sind diese Worte bewusst gewählt. Und ich gehe jetzt noch kurz auf entspannt ein. Was meine ich denn mit entspannt? Ganz wichtig ist, es ist nicht gemeint, jeden Tag in der Hängematte zu liegen und sich irgendwie Cocktails reinzuziehen. Nein, auch wenn es vielleicht viele nicht wahrhaben wollen, vor der Entspannung muss es erstmal die Spannung, die Anspannung und die Anstrengung gegeben haben. Dann kann ich Entspannung auch wahrnehmen und genießen. Und wie das Wort ja schon sagt, Entspannung. Die Spannung rausnehmen aus einem Thema und das ist genau das, was wir machen wollen, was ich auch machen möchte heute mit meinem Vortrag hier. Und dafür braucht es ein System, das läuft, das sich gut im Blick behalten lässt und kontrollieren lässt. Das heißt, wir brauchen eine entspannte Wachsamkeit, so nenne ich das immer. Wir müssen uns ein System schaffen, einrichten, das wir gut im Blick behalten können. Wir werden alarmiert, wenn etwas nicht so läuft, wie wir das haben wollen. Dann haben wir die Chance darauf, dass es wirklich entspannt wird. Das heißt, Entspannung oder das entspannte Arbeiten ist das Ziel, besonders dann natürlich auf alle Mitarbeiter einer Organisation bezogen. Und was ist das Gegenteil von entspannt? Das ist natürlich gestresst. Und wer gestresst ist, der arbeitet nicht gut. Das ist das eine. Und auf Dauer lässt sich das nicht durchhalten. Also das kann nicht sein. Es ist nicht nachhaltig, wenn wir beim Umsetzen von digitaler Barrierefreiheit ständig gestresst sind. Und da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja alles nur Menschen, alle, die auch, ob Gründungsmitglieder jetzt hier, oder wer auch immer. Wir gehören alle zur selben Spezies. Und ich klaude ein bisschen aus den Internen. Also ich hoffe, meine Kolleginnen sind jetzt nicht sauer darauf, wenn ich ein paar Dinge verrate, die vielleicht nur intern waren. Aber das ist ein ganz schönes Beispiel für dieses Gestresstsein. Wir haben ja uns bemüht, alle Folien der Vortragenden immer barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Das macht schon mal Stress, weil es gibt keine gute Lösung bisher, um Folien auf Knopfdruck barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten daran, dass es einfacher wird, so wie bei Word auch. Aber diese Lösung gibt es noch nicht. Und wir hatten ja am 11.11. letzten Jahres unsere Auftaktveranstaltung von IAP DACH. Und dort gab es auch schon Folien. Und diese Barriere freizumachen, das hat eine Weile gedauert. Wir hatten die natürlich nicht zur Veranstaltung parat. Das hat dann noch ein paar Tage, Wochen gedauert, bis wir die parat hatten. Es gab dort absolute Probleme mit der Schrift. Wir hatten die falsche Schrift gewählt. An den Outlines hing es. Es konnte, also mit der Standardkonvertierung aus PowerPoint von Microsoft haben wir ein PDF erstellt und alle Textelemente wurden als Pfade umgesetzt. Zum Bearbeiten ist es die Hölle. So entsteht Stress. Oder Stress entsteht, wenn, wie hier jetzt auch, die Referenten von all den anderen Vorträgen erst kurz vor knapp ihre Folien zur Verfügung stellen und die dann noch umgearbeitet werden müssen. Ja, da gab es auch keinen Prozess. Müssen wir auch besser werden. Es war manchmal wirklich stressig. Deswegen sind die Folien immer genau so einigermaßen zu den Vorträgen dann parat gewesen. Aber das stresst und genau dort kommen Systeme ins Spiel, Prozesse, damit es im Endeffekt entspannter wird. Was sind die Ziele unserer Strategie, unserer PDF-Barrierefreiheitsstrategie? Also am Ende soll es einfach und entspannt werden für die Mitarbeiter, die es dann umsetzen. Es soll nachhaltig sein. Das heißt, es soll in eine alltägliche Routine übergehen. Das geht nicht ohne Systeme und gute Workflows. Und, das hatte ich schon mit dem Paradigmenwechsel erwähnt, es ist bezogen auf alle Mitarbeiter und alle Dokumente. Es muss umfassend sein. Wir können keine Ausnahmen gelten lassen. Wir wollen ja alle Inhalte in digitaler, barrierefreier Form zur Verfügung stellen. Also einfach nachhaltig umfassend. noch eine kurze Bemerkung. Natürlich, wenn ich über Systeme spreche, dann spreche ich immer auch über die richtigen Werkzeuge. Und jedes Werkzeug bekommt seinen Wert durch das Ziel, das man damit erreichen kann. Klingt jetzt ziemlich philosophisch. Ich hatte euch ja vorgewarnt. Ist mein Hintergrund. Jedes Werkzeug bekommt seinen Wert durch das Ziel, das man damit erreichen kann. und es gibt passende Werkzeuge und weniger passende. Nur mal ein kurzes Beispiel. Um eine Bierflasche oder eine Flasche mit einem Kronkorken zu öffnen. Dort einen Korkenzieher zu nehmen ist nur ja eine halbgute Lösung. Man kann vielleicht ein Loch reinbohren, so wie es hier auf diesem Bild zu sehen ist. Ja, vielleicht tröpfelt dann das Bier raus, aber richtigen Vergnügen ist es nicht. Man kann sich sogar verletzen, sowohl beim Öffnungsversuch als auch beim Trinken selber. Und es kann sogar schmerzhaft werden. Man könnte auch eine Kronkorkenflasche versuchen mit den Zähnen zu öffnen. Ich beneide immer jeden, der das kann. Ich kann es nicht. Ich kann es weder mit einem Feuerzeug noch mit den Zähnen. Ich brauche immer das richtige Werkzeug dazu, also einen gescheiten Flaschenöffner. Das nur so zum Sensibilisieren. Es hängt massiv von den richtigen Werkzeugen ab. Kommen wir zu dem Fünf-Stufen-Clan. Werde schnell überblickt. Ich habe hier mal diese Punkte aufgeführt. Ihr seht, es sind sechs Stufen. Das wird sich am Ende lösen. Die erste Stufe, da geht es darum, Überblick und Analyse, also eine Bestandsaufnahme zu machen. Zweite Stufe sind Quick-Wins. Wir wollen schnelle Erfolge haben, die helfen uns, die helfen allen, motiviert zu bleiben, bei der Sache zu sein. Wir müssen darauf achten, dass wir sensibilisieren und kommunizieren. Dann die vierte Stufe, Systeme aufbauen. Ich sage immer Systeme, Systeme und Systeme. Das ist ganz zentral. Wir brauchen natürlich Schulungen und Unterstützung im Alltag, nicht nur eine Einmalschulung. und am Ende fängt es wieder von vorne an. Das heißt, wir haben doch ein bisschen Sisyphos in diesem 5-Stufen-Plan, weil am Ende, deswegen ist es keine sechste Stufe, sondern die sechste ist wieder die erste, dass wir wieder die Bestandsaufnahme machen, alles im Blick behalten und wenn die Systeme gut laufen, dann müssen wir nur nachjustieren und dem Alarm nachgehen, wenn wir sehen, manche Dinge laufen nicht so gut, es kommen wieder nicht barrierefreie Dokumente aus unseren Systemen heraus, wo wir nachjustieren. Schauen wir uns im Einzelnen an, was das bedeutet. Überblick und Analyse. Ich habe ein Lieblingszitat aus meiner Unternehmensberatungszeit. Es ist ein bisschen umstritten, wer das gesagt hat. Es lautet auf Englisch im Original You can't manage what you can't measure. Also du kannst nicht bewältigen, was du nicht messen kannst. Ich könnte auch sagen, du kannst nicht optimieren, was du nicht messen kannst. Letztendlich geht es darum, Dinge, die man verändern möchte, die man zum Guten verändern möchte, dass man dort eine realistische Bestandsaufnahme braucht. Man muss die Probleme wahrnehmen, wie sie sind. Das ist die erste Stufe. Realistische Bestandsaufnahme. Und wie kann man das am besten machen, wenn man alle Dokumente, die man hat, auf einen Schlag prüfen könnte. Man muss erst mal wissen, wie viele Dokumente gibt es überhaupt auf unserer Webseite. Die typischen Metadaten, aus welchen Quellen stammen sie, wann wurden sie erstellt, das wird nachher noch wichtig, erkläre ich dann. Welchen Stand der Barrierefreiheit bilden sie ab? Wie barrierefrei sind sie? Und wir haben dafür eine eigene Kennzahl entwickelt für das Monitoring, also für die Bestandsaufnahme. Wir nennen ihn den PDF-UA-Index, der basiert auf allen maschinenprüfbaren PDF-UA-Anforderungen. Man kennt es aus PEG, man kann das für ein Dokument machen. Und wir haben eine Lösung, also AD Scan, das ist das Werkzeug, das kann es für alle Dokumente, das scannt eine Webseite, greift alle Dokumente ab und indiziert sie, prüft sie auf PDF-UA und man bekommt anschauliche Berichte. Ich komme da gleich nochmal drauf. Was macht man mit diesen Berichten? Das ist jetzt nicht Selbstzweck und es ist zwar nett, so einen PDF-UA-Index zu haben, zum Beispiel für alle Dokumente, der PDF-UA-Index, Ziel ist es 100 zu haben, 100 heißt, alle maschinenprüfbaren Anforderungen sind erfüllt, das ist nur ein Anfang, das ist nicht, also dort beginnt die Barrierefreiheit eigentlich erst und es kommen ja noch all die manuell prüfbaren Anforderungen mit da drauf. Wir arbeiten auch an Checks, die auf KI- basiert sind, regelbasiert sind, Algorithmen basiert sind, um dieses manuelle Prüfen auch mit in diesen Scan, in diesen Überblick mit einfließen zu lassen, da wird es Dinge geben, die das erleichtern, aber es sind Werkzeuge, die Werkzeuge ersetzen das nicht, sie helfen auf dem Weg und gute Werkzeuge helfen natürlich ganz massiv und besonders, dass es schneller geht und einfacher geht und entspannter geht. Was macht man mit den Ergebnissen? Wir haben gesehen, also die Metadaten werden erfasst, wann wurde ein Dokument erstellt und da greift es zum Beispiel schon die erste Kategorie, wir sortieren und priorisieren alle unsere Dokumente. Legacy Dokumente, damit meint man Dokumente, die man noch vorhalten muss, alte Dokumente, die man vorhalten muss, für die man auch einen Mechanismus anbieten muss, damit die barrierefrei genutzt werden können, die immer noch relevant sind, relevante Verwaltungsprozesse heißt es ja so schön. Wir sortieren Dokumente mit gleichbleibendem Aufbaustruktur Layout, also ähnliche Dokumente, nach Quellformaten, nach Komplexität, Häufigkeit der Erstellung, Zeitenumfang. Also das sind jetzt nur mal so Beispiele, es könnte noch mehr Sachen geben, vielleicht auch wie oft wird ein Dokument abgerufen. All diese Zusatzinformationen helfen zu sortieren und zu priorisieren. Und ich auf, nur damit man mal einen Überblick bekommt, ein erstes Gefühl bekommt. Es ist jetzt ein einzigartiges Tool, deswegen da verrate ich jetzt nichts besonderes oder ADScan ist das einzige Tool, das wirklich auf PDF-UA prüfen kann. Es gibt es mit einer deutschen Benutzeroberfläche, sind alles Sachen, gibt kein vergleichbares Tool, das abbilden kann. Und das hier ist quasi das Entscheider-Dashboard. Man sieht, wie viele PDFs insgesamt habe ich, wie viele haben keine Tags, wie viele sind konform. Ich sehe hier den PDF-UA-Index unter diesem Donut. Hier zum Beispiel eine Seite, die nur 86,69 diesen Wert erreicht als PDF-UA-Index. Das ist ziemlich schlecht. Nicht, dass man denkt, oh, ist ja nahe an 100. Nein, mit 100, da würde erst mal nur die technische Barrierefreiheit erfüllt werden. Da fängt das an und das heißt 86,69 ist schon ziemlich schlecht. Man sieht, man hat hier die Scan-Verlaufe. Das war im Dezember letzten Jahres durchgeführt. Man kann sich dann die Liste der Dokumente anzeigen lassen. Die Dokumente sind hier jetzt verpixelt, dass man es nicht sieht. Ich wollte da niemanden an den Pranger stellen. Keiner unserer Kunden. geht einfach nur darum, man kriegt hier in dieser Tabelle bekommt man schon mal die einzelnen Prüfpunkte, wie viele sind bestanden, wie viele Warnungen, wie groß ist die Datei, wann wurde die zuletzt geändert. Man kann danach sortieren und man hat auch die Möglichkeit eine Aktion auszuwählen. Ich könnte jetzt zum Beispiel schon mal danach sortieren, welche sind gar nicht getaggt. Nach denen kann ich sortieren, die wähle ich aus und dann sage ich zum Beispiel an Abledocs an Access4 senden oder an das interne Barrierefreiheit team senden, dass sie die barrierefrei machen sollen. Ich kann mir die Dokumente herunterladen oder ich kann mir auch den ganzen Report als CSV exportieren. Ich habe dann auch die Möglichkeit noch in ein einzelnes Dokument hinein zu gehen, wenn ich bei der Liste bin. Und dort ist es so ähnlich wie man es von PAK schon kennt. Ich habe eine summarische Ansicht aller Fehler. Ich kann dort aufklappen bis auf den einzelnen Fehler, kann ihn anklicken und in der Dokument Ansicht wird mir das jeweilige Element hervorgehoben. Also das nur als eines der möglichen Werkzeuge. Im Moment ist es wirklich das Einzige, das diesen Überblick überhaupt bietet, das PDF prüfen kann, das PDF auf PDF Ua prüfen kann und es ist ganz zentral, wir werden nachher nochmal sehen, das ist ja auch der Schritt 6, das wir auch für das regelmäßige Monitoring, sei es monatlich, sei es jedes Vierteljahr, müssen wir gucken, wie waren die Fortschritte, sind wir besser geworden. Wir müssen es messen können, sonst können wir es nicht steuern. Gut, schauen wir auf Quickvents. Was wären Quickvents? Die Quickvents, also das ist auch so ein Begriff aus meiner Beratertätigkeit, Quickvents waren immer solche schnellen Erfolge, um das Team und die Kunden bei Laune zu halten, ja, um quasi den langen Atem strecken zu können, ja, dass die Leute wirklich durchhalten auf dem langen Weg. Und wir wissen alle, digitale Barrierefreiheit, das ist ein langer Weg, das ist nicht etwas, was man sofort irgendwie innerhalb kürzester Zeit umsetzen kann, realisieren kann, und deswegen ist es wichtig, hier auch Quickvents zu identifizieren und die umzusetzen. Und die Quickvents hängen eng damit zusammen, wie wir sortiert haben, wie wir priorisiert haben, also hier kommt es wieder ins Spiel, ich werde gleich mal auf ein paar mögliche Quickvents eingehen, zum Beispiel bei den Legacy Dokumenten, bei Dokumenten, die jetzt aus Word kommen, und man sieht hier, wenn ich jetzt auf Legacy Dokumente eingehe, in der Verordnung steht, also was sind typischerweise Legacy Dokumente? In der Regel ist die Erstellung älter als zwei Jahre, die aber immer noch relevant sind. und wir haben dort auch eine Lösung, wir nennen es dementsprechend AD Legacy, es basiert auf AD Scan, man muss natürlich die ganzen Dokumente scannen, es kommt ein barrierefreier Button in alle nicht barrierefreien Dokumente, on demand kann ein Nutzer, der dieses Dokument aufruft, also dieser Button ist absolut screenwidertauglich, er kann die barrierefreie Form des Dokumentes anfordern, er bekommt es in der Regel zwischen ein bis drei Tagen, also maximal bis 100 Zeiten, bekommt es der Endkunde, der Nutzer, der es angefordert hat, aber auch die Organisation kann es auf ihrer Seite austauschen, sodass der nächste Nutzer schon die barrierefreie Form zur Verfügung hat, und das ist so ein Backup Mechanismus, der genau die Forderungen der Richtlinie abbildet, man kann das für alle nicht barrierefreien Dokumente machen, und es ist dann nur so, dass man natürlich hier einen Quick-Fin hat, weil man muss erstmal nichts machen, es geht völlig automatisch, ja, man das Einzige, was man machen muss, man macht diesen einmaligen Scan, lässt diesen Button in die Dokumente integrieren, und dann hat man schon diesen Mechanismus, also lässt sich sehr schnell umsetzen, die Kosten sind entsprechend gering, weil es nur um eine Bereitstellungsgebühr geht, und man bezahlt nur die tatsächlich angeforderten Dokumente von Nutzern, die als barrierefreie Dokumente angefordert wurden und umgesetzt wurden. Also ein möglicher Quick-Fin. Ein zweiter Quick-Fin, da komme ich dann nachher noch dazu, wäre beispielsweise ich habe das separat aufgeführt bei den Systemen. Wir haben auch eine Ad-In Access PDF for Word, das aus einem Word-Dokument auf Knopfdruck ein PDF-UA-Dokument erstellt und es liefert das bestmögliche Ergebnis, auch wenn die Word-Dokumente nicht optimal vorbereitet sind. Das heißt, man wird hier auch schon mit einigermaßen , wenn ein Word-Dokument zumindest mit den einfacheren oder mit Word-Dokumenten, die jetzt schon in einem guten Zustand sind, wird man hier schon sehr gute Ergebnisse bekommen, auch mit relativ wenig Aufwand, auch eines der Quick-Wins. Und die andere Geschichte wäre, dass man gemäß der Priorisierung, dass man zum Beispiel sagt, naja, wir haben hier diese zehn Dokumente von unserem Scan, die konnten wir identifizieren, die werden am meisten nachgefragt, die sind relevant für Menschen mit Behinderungen, die sind zwar umfassend, die sind komplex, die können wir nicht selber machen, die schicken wir an einen Service, der die uns barrierefrei macht und dann haben wir schon den ganzen Altbestand abgedeckt, wir haben einen Fallback-Mechanismus, wir haben dann schon alle einfachen Word-Dokumente, Protokolle, kleine Berichte abgedeckt plus die größeren und dann hat man schon einen Startpunkt, es ist etwas wahrnehmbar, man sieht sofort, wie der PDF-Ur-Index besser wird beim nächsten Scan, also das wäre eine typische Quick-Winz. Zweite Stufe, ganz wichtig, sensibilisieren und kommunizieren. Also das ist, das betrifft jetzt die gesamte Organisation, auch ein typischer Fehler, der gemacht wird, es wird nicht erklärt, was ist eigentlich digitale Barrierefreiheit, es ist wichtig, man muss es von oberster Stelle stützen, es betrifft und nützt konkreten Menschen und dies erlebbar machen, es geht ganz viel darum, wirklich sichtbar machen, erlebbar machen, wahrnehmbar machen und die Menschen sind unterschiedlich, also nicht alle ticken so, dass sie sagen, ah ja, ich sehe das ein, hier, wir haben hier Menschen mit Behinderungen, die brauchen das, deswegen mache ich das jetzt, andere ticken eher so, dass sie, dass es eine Anforderung sein muss, die Pflicht ist, deswegen ruhig das mit kommunizieren, es ist ganz klar, weltweit ist es wirklich so, dort wo, also die Länder mit der härtesten Gesetzgebung, in Kanada beispielsweise, dort ist der Markt am größten, dort wird am meisten umgesetzt, also deswegen, manche ticken dann so, deswegen das auch kommunizieren, es ist wichtig, es nützt, es ist Pflicht und das Prinzip ist so, nicht einmal machen, sondern stetig und konkurrent, das ist dann die Schwierigkeit, dass man dieses Thema wirklich hochhält, dass es einfach, ja, mit hineinfließt, in die übliche Kommunikation. Stufe, Stufe 4, Systeme, Systeme, Systeme und was meine ich damit? Also, wir müssen anfangen, Prozesse und Workflows zu definieren, klare Schnittstellen festlegen und ich sage immer Input Management, meistens geht es hier nur, wird Output Management, wird genannt, das kennt vielleicht der eine oder andere, ich werde gleich drei beispielhafte Systeme, Prozesse vorstellen, damit es ein bisschen Fleisch bekommt, aber hier geht es auch schon um Input Management, das heißt, die Ausgangsdokumente, wir haben das auch gestern von Klaus Höckner gehört, je besser ein Ausgangsdokument ist, desto leichter lässt es sich natürlich barrierefrei machen, das gilt für jede Art des Prozesses, gleichgültig, ob das jetzt wird ist, InDesign, werden wir nachher sehen, bei Annemarie, oder ob es XML ist, oder auf HTML soll ein PDF gemacht werden, also egal welcher Workflow, Input Management ist wichtig, da gehört beispielsweise auch dazu, für das ganze Word, System für den Workflow aus, Microsoft Word heraus, an den Dokumentvorlagen zu arbeiten, diese zu analysieren, diese zu optimieren, teilweise lassen sich ja dort schon bereits Verarbeitungsregeln hinterlegen, damit ein sauberes, barrierefreies PDF rauskommt. Das Prinzip hier ist, möglichst viel die Software machen zu lassen, auch wieder eine Frage der richtigen Werkzeuge, ich hatte das vorhin schon erwähnt, und es geht natürlich darum, den Aufwand für das manuelle Eingreifen zu minimieren, und auch wieder ein Thema von gestern, KI gezielt zu nutzen, wir setzen das auch schon ein, bisher setzen wir schwache KI ein, es gibt dort das Problem, dass starke KI einfach gut gefüttert werden muss, und es gibt pflicht- und ergreifend zu wenig gutes Ausgangsmaterial, es gibt noch zu wenig gut strukturierte Dokumente, wir arbeiten dran, aber es gibt eine gewisse, wie sagt man, eine kritische Masse, dann wird man KI trainieren können, um hier noch eine größere Hilfe zu sein, was aber nicht gehen wird, auf absehbare Zeit ist, ich habe ein völlig schlechtes, mieses, unzugängliches Dokument, keine Struktur drin, oder eine ganz grottige Struktur darin, und meine KI macht daraus ein barrierefreies Dokument, das wird so nicht funktionieren, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Schauen wir uns unsere Beispiele an, also es gibt zum Beispiel typische Dokumenttypen, Bescheide, Tickets, Fahrpläne, Rechnungen, alle, die eine ähnliche Struktur haben, die lassen sich sehr gut barrierefrei machen, wir nennen sie High-Volume-Dokumente, weil die natürlich großer Zahl entstehen, es wäre auch für Low-Volume denkbar, meistens ist es jedoch die High-Volume-Anwendung, dort ist es so, dass man wirklich, also auf Basis von Muster-Tagging und regelbasierter KI arbeitet, und dann ganz einfach barrierefreie Dokumente herausbekommt, und bei uns ist es schon im Einsatz, prototypmäßig, AD-Stream heißt dies, also wenn das interessant ist, wer High-Volume-Dokumente barrierefrei zu gestalten hat, wäre das eine Überlegung, ob man dort mal einsteigt, ob man mal guckt, ob man es mal analysiert, aber das ist ein Prozess, der sich sehr gut umsetzen lässt. Gehen wir zum nächsten Beispielprozess, Dokumente mit einer hohen Komplexität, Dokumente mit einer hohen Komplexität oder großem Seitenumfang, die man nicht selber barrierefrei machen kann, oder die der Mitarbeiter nicht selber barrierefrei machen kann, wir hatten ja gesagt, wir wollen das möglichst auf viele Schultern verteilen, und das klappt natürlich nur für die Dokumente, wo man nicht so viel Wissen braucht, wenn es zu komplex wird, dann braucht man interne, wieder die internen Experten oder interne Dienstleister oder externe Dienstleister, das sollte möglichst einfach handzuhaben sein, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man tatsächlich das ganze Management des Barrierefrei-Machens über ein Gateway beispielsweise mit dem Hochladen und dem Ausliefern, dass man das sehr einfach macht, also es ist ganz klar, der Prozess muss schon viel einfacher sein, natürlich lässt sich das auch sehr gut über den Rahmenvertrag lösen, dass man nicht den Prozess jetzt bei jedem Dokument wieder ein Angebot anzufordern und so weiter, das ist viel zu kompliziert, gerade bei großen Mengen, und also da gibt es auch Möglichkeiten, das möglichst einfach und entspannt für die Mitarbeiter umzusetzen. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn wir Word-Dokumente haben, das Word-System, der Workflow für Microsoft Word, das ist einer der Workflows, wenn es um Dokumente geht, der gerade am besten funktioniert mit dem Workflow aus InDesign heraus, auch was wir nachher noch sehen werden von der Annemarie. Und dort ist es Geheimnis, einfach vorbereitete Dokumentvorlagen zu haben. Bei unserer Software ist es so, dass wir die Komplexität verstecken. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Buttons dort drin. Es geht einfach darum, Word sinnvoll zu benutzen, Formatvorlagen, die zu verwenden. Wir speichern Verarbeitungsregeln an den Formatvorlagen und der Nutzer setzt einfach die Formatvorlagen ein, haut seinen Inhalt in Word hinein, benutzt Excel-PDF vor Word und kann dann aus jedem Dokument, das er selbst erstellt hat, auch selber ein barrierefreies PDF machen. Wir sagen dazu selber fahren. Die Vorteile sind natürlich so, dass ein Minimum an Barrierefreiheit mitgedacht wird. Also die Struktur des Dokumentes, alles ist unter eigener Kontrolle. Es geht besonders schnell, kein Zeitverlust. Man muss es nicht irgendwo hinschicken. Und natürlich ist es mittel- und langfristig der geringste Aufwand, wenn denn das ganze Erstellen in den Alltag übergeht. Und die ganze Qualitätssicherung, die geht sehr schnell, weil die Software einem alles abnimmt und keine Nacharbeit am PDF erforderlich ist. Wann lohnt sich das, wirklich selber zu fahren? Es ist ganz klar, die Häufigkeit der Erstellung ist da ein Faktor mit den richtigen Werkzeugen und es müssen natürlich die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Bezieht sich jetzt wirklich auf die Werkzeuge, dass man sagt, naja, aus, egal was ihr hört, viele Barrierefreiheitsexperten sagen immer noch, naja, aus Word heraus kann ich auch Barrierefreiheit-Dokumente erstellen. Das hängt von der Definition ab, was man unter Barrierefreiheit versteht. Man bekommt aus Word nie, in keinem Fall, ein PDF-UA-konformes, auch kein BITV-konformes, kein WCAG-konformes PDF heraus, sondern dazu braucht es immer die richtigen Werkzeuge. Und ich habe hier mal so ein Beispiel gezeigt, also kurz ein Screenshot reingehauen, um einfach aufzeigen zu können, wie wir das versuchen, die Komplexität zu verstecken. Das heißt, man arbeitet in Word vor, geht auf den Knopf PDF exportieren, man hat hier nochmal die Kontrolle, stimmt mein Dokumenttitel, stimmt meine Hauptsprache des Dokumentes, ich habe hier die Möglichkeit, PDF-A noch zusätzlich zu erstellen. Ich erstelle das Dokument und dann bekomme ich im Fortschrittsbalken, sehe ich dann, dass die KI im Hintergrund arbeitet, regelbasiert, wir analysieren die Dokumentstruktur, deswegen, das ist nicht einfach nur eine Konvertierung eines PDFs, sondern es ist eine, wir sagen immer, eine semi-automatische Erstellung eines barrierefreien PDFs, weil wir versuchen, die Dokumentstruktur des Word-Dokumentes zu erarbeiten, zu analysieren und dann dementsprechend ein sehr gutes, barrierefreies PDF zu erstellen, das PDF-UA-konform ist und die Qualitätssicherung sollte dann so aussehen, hier zum Beispiel jetzt im Tag, wenn man es manuell prüft, dass es lauter grüne Haken bekommt. Dieses Dokument hätte jetzt einen PDF-UA-Index von 100 und würde natürlich auch wieder unseren Gesamtindex nach oben bringen. Unser fünfter Punkt, der fünfte Schritt, trainieren und unterstützen, der kommt relativ weit hinten und was hier das Geheimnis ist, eigentlich weiß man ja, Schulungsbedarf, wird ganz oft erzählt, ja, man muss alles trainieren und schulen. Das Wichtige an diesem Fünf-Stufen-Plan ist, greifen Sie sich nicht nur ein Element raus, also es bringt nichts, mit einer Schulung anzufangen, Sie haben die Systeme gar nicht, Sie können es nicht kontrollieren, dann ist es für die Katz, weil das verpufft, ja, der Mensch vergisst so viel des Wissens, was er in einer Schulung bekommen hat, das ist der eine Faktor und deswegen unsere Erfahrung ist, fangen Sie, also natürlich mit den anderen Stufen an, deswegen ist das hier die fünfte Stufe und fangen Sie mit einem Praxis-Basiswissen an. Wir nennen das immer gerne das Seepferdchen, der PDF-Barrierefreiheit. Da braucht es nicht viel, Sie müssen einfach nur schwimmen können. Das meiste davon vom Seepferdchen ist eigentlich Wörtwissen und dieses Praxis-Basiswissen, das genügt in vielen Fällen schon. Was wichtig wäre, ist, dass Sie Ihre Mitarbeiter unterstützen mit einer Knowledge Base oder mit Plattformen zum Selbstlernen, dass man nachschlagen kann, dass man sein Wissen dort erweitern kann und hier kommt jetzt wieder die Rolle dieser Task Forces mit rein, der Barrierefreiheitspolizei, die es ja schon in vielen Organisationen gibt, ist, die haben eine wichtige Rolle, die Digital Accessibility Experts, die Experten vor Ort, die sind nämlich Ansprechpartner und Unterstützer und die koordinieren das und die erweitern diese Knowledge Base, die stehen den Mitarbeitern bei oder übernehmen interne Aufgaben für komplexe Probleme, die sich im Alltag sonst nicht lösen lassen. Denkbar wäre auch On-Demand-Coaching bei Problemen, die dann das eigene Wissen und dieses eigene Wissen übersteigen und hier auch wieder ähnlich. Es gibt eine Parallele zur Kommunikation, zum Sensibilisieren. Es genügt nicht das Einmalige. Lieber, also statt einer dreitägigen Schulung, die am Anfang steht, machen Sie nur halben Tag Praxis, das Basiswissen, haben das richtige System und Sie geben Unterstützung im Alltag. Das hat sich bewährt, also das ist hier viel wichtiger, als so viel am Anfang zu schulen. Dann kommen wir zum Abschluss wieder hier, die sechste Stufe, regelmäßiges Monitoring, den UA-Index im Auge behalten, der Kreis schließt sich, CC4s in gewisser Weise wieder von vorne anfangen, aber Sie sind ja auf einem viel höheren Niveau, weil Sie können jetzt die Fortschritte prüfen. Sie sehen die Erfolge, Sie können Optimierungspotenzial identifizieren und Sie haben auch die Möglichkeit, noch weitere individuelle Kennzahlen heranzuziehen. Was wären jetzt die nächsten Schritte für Sie? Ich habe einfach dann nochmal die Schritte zusammengefasst, hier so als Fazit meines Vortrags, die fünf Schritte. Wir haben angefangen, Überblick und Analyse. Sie müssen eine Bestandsaufnahme durchführen. Sie können nur das optimieren, was messbar ist. Also Überblick und Analyse, wie viele Dokumente, wie barrierefrei sind sie. Dann priorisieren und sortieren. Auf Basis dieser Sortierung können Sie die Quick-Wins festlegen. Für ganz viele wird es natürlich die AD-Legacy-Dokumente sein, also die Rechtssicherheit für ältere Dokumente, wie es ja auch vorgeschrieben ist. Es kann aber auch sein, dass Sie schon einfache Word-Dokumente mit Quick-Wins barrierefrei zur Verfügung stellen können. Oder auf Basis der Priorisierung entscheiden Sie, welche Dokumente Sie barrierefrei machen, intern oder extern. Sie sensibilisieren und kommunizieren. Ganz wichtig, digitale Barrierefreiheit erlebbar machen. Ich bin ja auch engagiert in dem AK Barrierefreiheit der German Usability Professionals, der German UPA. Wir haben dort ein Format, das sehr gut immer ankommt, Blind Date, Erlebe extreme Nutzergruppen. Und das ist sehr spannend, um einfach mal mitzubekommen, wie Menschen mit Behinderung mit digitalen Dokumenten umgehen. Das sind immer Aha-Erlebnisse. Und es ist ganz wichtig, bleiben Sie bei den Kernbotschaften. Kommunizieren Sie kontinuierlich. Und was hier dann mit dazu kommt, machen Sie Erfolge sichtbar und kommunizieren Sie die Erfolge. Ja, was ist besser geworden? Und der vierte Punkt waren die Systeme. Systeme und nochmal Systeme. Input Management als Stichwort klare Schnittstellen, Workflows. Hatte ich ja Beispiele genannt. Trainieren und unterstützen. Hier lieber auf das Siebpferdchen setzen und dann interne Unterstützung ermöglichen. Das ist wichtiger. Ja, und nicht einzelne Schritte oder Stufen isoliert betrachten. Und am Ende wieder das regelmäßige Monitoring, um wirklich alles im Blick zu haben. Was könnten jetzt Sofortmaßnahmen sein? Das werde ich immer gefragt. Und das heißt, das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Gehen Sie mal, nehmen Sie ein paar PDFs bei Ihnen raus. Es gibt den Minutentest. Der Link ist auch in den Folien mit drin. Da könnt ihr einen schnellen Test machen. Ja, und wenn Sie dann sagen, oh, hm, ja, insgesamt, also meistens ist es so, Barrierefreiheit passiert nicht zufällig, sondern da muss wirklich eine Absicht dahinter sein, damit wir das erzielen können. Dann überlegen Sie sich, ob Sie ein Monitoring durchführen, ein einmaliges oder ein regelmäßiges. Hier auch ein Link, wo Sie mehr zu dieser Möglichkeit finden. Und probieren Sie Access PDF for Word aus. Es gibt eine kostenlose Demo-Version. Nehmen Sie mal Ihre Word-Dokumente, schicken Sie sie durch, prüfen Sie dann mit Pack, wie gut ist es schon oder brauchen wir optimierte Word-Dokumente und Vorlagen. Das können Sie sehr leicht feststellen, indem Sie so einen ersten Check machen. Genau. Also das soweit von mir. Ich hoffe, dass es einen mal das Ganze in den Blick geholt hat und wir werden jetzt mal noch einen kurzen Blick in den Chat werfen. Es wird auch so sein, ich sehe schon, die Zeit ist fortgeschritten. Ich werde alle Fragen beantworten, die Sie mir im Chat gestellt haben. Ich nehme die dann mit und wir werden die veröffentlichen. Wir haben sowieso die Chats. Die Fragen aus den Chats nehmen wir heraus. Wir anonymisieren die, aber die werden aufgegriffen und wir werden diese Antworten auf der Webseite veröffentlichen vom IEP-Dach. Also dort, wo auch die Materialien schon stehen. Genau. Ja, Markus, vielen Dank. Magst du vielleicht noch mal der Slide mit deinen Kontaktdaten einblenden? Ja, vielleicht wollen Leute dich noch zusätzlich kontaktieren zu weiteren Fragen. Ja, die Diskussion im Chat war rege. Die ging von müssen wir uns überhaupt mit PDF plagen, können wir es nicht abschaffen und überhaupt für HTML gehen bis zu sehr detaillierten Fragen. Tatsächlich haben wir nicht mehr die Zeit, da weiter darauf einzusteigen. Oh, Sabine, vielleicht nur ganz kurz, weil das ist eine sehr gute Frage mit dem PDF und es gibt ja teilweise, also in Großbritannien gibt es das von oberster Stelle, dass sie PDF bannen wollen. Es gibt immer wieder die Diskussion, hier nur eine ganz kurze Antwort. PDF kann ebenso barrierefrei sein wie HTML. Also jeder, der das ausprobiert hat mit dem Screenreader komplett, die Tastaturkürze sind die gleichen. Das ist nicht die Frage. Also das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist, die Zahl der PDFs weltweit ist immer noch am steigen. Und jetzt ist die Frage, ich komme aus der Web-Barrierefreiheit. Ich habe mit barrierefreiem HTML angefangen. Ja, wir haben auch drei Binary Awards gewonnen. Früher haben wir nur barrierefreie Webseiten gemacht, sind dann aber umgestiegen auf PDF, weil wir gesehen haben, das Thema, das verfolgt uns, dass keiner kümmert sich drum. Und das wird uns also so schnell nicht verlassen. Also man kann sagen, leider oder nicht. Also deswegen muss man dort eine Lösung finden. Und ich finde, das ist Träumerei zu sagen, wir machen keine PDF barrierefrei oder wir stellen die Inhalte nicht mehr auf die Webseite. Da gehen Inhalte verloren. Das kann nicht die Lösung sein. Genau. Alle anderen Fragen, ich denke, das ist sehr kompetent der Antwort. Gut, dann vielen Dank, Markus. Das ist ein sehr dichter Vortrag. Ich glaube, die Leute werden etwas Zeit brauchen, das zu verdauen. Ich auf jeden Fall. Daher auch nochmal die Erwähnung. Alle Slides, auch Mitschnitte der früheren Vorträge, wahrscheinlich auch von diesen, sind dann auf der Internetseite des IAB-Dach verfügbar. Der Link wurde schon öfter eingeblendet, wird dann nochmal gepostet. Dann bedanke ich mich bei allen ganz herzlich, vor allem bei dir, Markus, und freue mich auf einen spannenden zweiten Teil. irgendwie zum nächsten Mal. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.